Musik 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 Klappe, Stein, Zwiebel ich habe schon zieht ich mach mal jetzt in die Erntemaschine ja soll man dann jetzt an das neue Feld ran gehen? ja ich hab die jetzt aktiviert ne? ja dann brauchen wir bald noch mehr Kies wieso? für die neue Ernte-Maschine ok die mach ich dann ein bisschen stärker aber da kommt die ganzen Sachen alle auf mir hin zu bum 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 kommt alle her 34 du würdest immer, es kommen auch immer Samen ja Samen, komm auch, dann musst du noch mehr runter da kannst du doch komm, du Papi dann hol ich die Freunde mit erstmal das hin, was ich nicht mehr brauch und hol mir dann das, was ich brauch ja ja ich hab egal, ich muss jetzt ich glaube, alles ist gekommen alle 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 f immer die für die Erntemaschine doch die ganze Zeit auf an- und ausdrücken ja das, ach, weil darum geht's nicht ich hab da oben einfach Wasser reingedrückt und das kommt immer runter das fließt einfach Wasser ab ja die brauchen jetzt ganz viel Erde für die neue Maschine so, ich guck mal, wie viel wir noch haben ich brauch bald eine neue Maschine das Spackrad, ja, ich, ich nehm da mal und dann geb ich oder dann nehm ich da, oder ich helfe mit oh, mein Inventar passt nix mehr okay, warte, das Spackrad ein bisschen ähm, warte mal, wie machen wir nochmal Brot? äh, einfach ein Ding ins Reintun im Ofen, ne? nein, noch immer nicht scheiße ich tue einfach mal unter Blumen Blumen dann haben wir noch 31 die Samen, können wir alle da lassen? ja, können wir auch machen mhm, mhm okay, ich geh dann schon mal neben unser Haus, ne? soll ich hier dann schon mal so das Grundgerüst anfangen? wo hast du Redstone drunter nochmal getan? äh, das müsste da auf der... in der rechten Hälfte sein, da wo glaub ich nur die Viertesten sind, in der einen aber einmal braucht man jetzt Feuerstein soll man direkt neben unseren Tunnel auch oder Abgang das bauen wofür hast du nochmal einen Haken gebaut die habe ich aus der einen Höhle rausgeholt Haken aus der Höhle rausgeholt aus dem einen Dungeon herrscht er Stein Stein so ich komme nochmal hin so wo bist denn du eigentlich? Dreh dich mal um ah ok bauen wir dann auch wieder mit diesen Treppen da so an den Rand ja machen wir das ein bisschen anders weil ich habe jetzt eine neue Ernstmaschine hier einfallen lassen Fliegenlasten gemacht oder soll ich die zubauen? die kannst du einfach so als das Tier zubauen Dreh aber ich bin der Melonen und so alles anbauen ne das hier werden jetzt so Weizen, Kartoffeln und Karottenfelder so wie der erste ja also die drei werden Weizen, Karotten und Kartoffeln äh soll mir wieder drei hochgehen? ja wir machen wieder drei Felder irgendwie mag ich unsere Erdmaschine da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie ne du hast die ja kann ich aber jetzt die machen die soll ja auch schon alles gleich sein oder? ja da mach ich doch so das machen wir dann auch allen so und hier hier braucht man nur die Umrandung so auf zwei und dazwischen bauen wir dann einfach alles so so guck mal hier bei mir so guck den Rand machen wir so zwei übereinander damit das von der Seite auch gut aussieht ok das verstehe ich schon und von oben dann halt wieder ganz normal ja genau und oben das wäre dann immer steig ok alles klar da wollen wir dann hin ja ich denk schon ich hab noch ein paar vier ne das haben wir falsch gemacht scheiße oh komm wir sind 5 oder 5 5 oder 5 oder 5 ja ich brauch einfach deins nach ja ich brauch einfach deins nach komm 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 oh zu weit so groß ja ne oh so ich bin ich bin mehr hin aber ich ist wieder sechs und krank geschrieben der Lappendor ganz was so müssen die sich berühren also weil die gilt eine Reihe dazwischen weg machen ohne dass wir extra gemacht mit logisch denken Julia nein doch ich habe einfach die Wort das so gemacht nein dazwischen war einer frei scheiß wo war 1,2,3,4,5,6,7 die ganze Reihe muss weg ok cool daneben kann das dann alles so gebaut werden wie na klar so 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 so